Servus Leute und Willkommen zu einem anderen Video von mir und dieses Video wird mir ein ganz ganz kurzes Infovideo ich habe mir gedacht ich gehe mal ein bisschen raus es ist zwar schon ein bisschen am Dämmern aber ich denke das Tageslicht reicht noch aus deswegen beeile ich mich auch ich weiß nicht wie spät es gerade ist auf jeden Fall schon sehr spät aber es ist noch so hell ich gehe mal ein bisschen raus und erzähle zwei Dinge die ganz wichtig sind das sind zwei kurze Sachen und die erzähle ich euch jetzt damit das Video nicht zu lang geht die erste Sache sind zwei Events das erste Event findet am Freitag statt also diesem Freitag das müsste der 17. sein der 17. Juni um 19 Uhr findet eine Live Lesung statt mit mir als Moderator und zwar und zwar findet diese Live Lesung um 19 Uhr auf dem Krimi Krimi Festival Facebook Kanal statt ich verlinke euch mal den Kanal in der Infobeschreibung schaut dann mal vorbei am 17. Juni um 19 Uhr gehe ich live und werde Moderator eine Live Lesung sein würde mich freuen wenn ein paar von euch vorbeischauen würden würde mich sehr freuen also 17. Juni 19 Uhr auf dem Krimi Festival Kanal auf YouTube mich zu sehen und ich weiß nicht genau wie lange die Lesung dauern wird aber auf jeden Fall ist es eine Krimi Thriller Lesung ich weiß gar nicht welches schon das Buch jetzt hat aber ich denke es müsste ein Thriller sein ich kannte die Autorin vorher noch nicht und ich bin auch schon sehr gespannt was sie uns zu erzählen hat und ich freue mich auch schon sehr darauf und es würde mich freuen wenn ich ein paar von euch sehen würde das war Info Nummer 1 und dann kommen wir schon zur zweiten Info am nächsten Tag drauf am 18. Juni findet das vierte Weißbrei und ich bin begeistert dass sich das so gut hält und ja wir treffen uns wieder in München am Hauptbahnhof um 10 Uhr ich glaube Treffpunkt war der Starbucks ich glaube es war der Starbucks also Hauptbahnhof Starbucks und es sind natürlich wieder alle herzlich eingeladen es kommen natürlich ganz viele bekannte Gesichter wieder einige können leider nicht kommen was ich sehr was ich sehr schade finde aber dafür kommen ein paar neue die wir vielleicht noch nicht gesehen haben und ich freue mich auch schon sehr die endlich kennenzulernen und ein paar neue Leute kennenzulernen und es wird auf jeden Fall wieder sehr sehr cool Gruber Ablauf ich weiß gerade nicht wo wir anfangen aber ich denke mal wir werden zuerst irgendwelche Buchhandlungen stürmen dann gehen wir um circa 12 Uhr zum Essen bei 35mm gemeinsam alle miteinander haben wir vorher abgemacht in der Facebook Gruppe was ich auch sehr cool und toll finde dass wir gemeinsam essen weil es wirklich die Gruppe zerreißt wenn wir jeder einzelne essen geht und so haben wir uns abgestimmt wir gehen alle ins 35mm zum Essen und und lass uns überraschen wie das Essen so schmeckt und danach werden wir vermutlich den Text stürmen wegen dem sind wir eigentlich auch das ist der meist beliebteste Buchladen den es in München so gibt und der wird drappelvoll werden wenn wir kommen wird sehr interessant aber ich freue mich auf jeden Fall und jetzt sind wieder alle herzlich eingeladen von BookTubern bis Buchblogger bis Zuschauer bis Autoren alle dürfen kommen jeder darf kommen wir würden uns sehr freuen und ja das war's wenn ihr teilnehmen bitte vorher in der Gruppe noch auf Teil also in der Facebook-Seite wenn ihr teilnehmen wollt dann in der Facebook-Veranstaltung noch zusagen damit wir so eine grobe Anzahl sagen können wir haben jetzt glaube ich für circa 30 Leute reserviert wenn es es könnte wenn es mehr werden dann müssen wir halt ein bisschen umstrukturieren denke ich aber das bekommen wir glaube ich auch so hin also wenn ihr teilnehmen wollt einfach auf Teilnehmen drücken in der Facebook-Veranstaltung die verlinke ich euch in der Infobeschreibung genauso wie die Gruppe und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und das waren meine zwei Infos von dieser Woche also wie gesagt am 17. Juni eine Live-Lesung ihr als Moderator um 19 Uhr auf dem Krimi-Facebook-Kanal und am 18. Juni das Booktube-Treffen in München Treffpunkt 10 Uhr beim Starbucks beim Bahnhof also damit war's das mit den Infos ich hoffe es schaut euch zu und es kommen dann auch viele zum Booktube-Treffen und damit war's das da oben bei einem kleinen i könnt ihr meine letzten zwei Videos finden die könnt ihr euch natürlich gerne wieder anschauen wenn ihr wollt wenn nicht dann lasst es bleiben und ansonsten sage ich jetzt noch tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute wird es gibt es noch ein kurzes Info-Video und da könnt ihr schaut da gerne vorbei am 19. über 20. am 19. Wir sehen uns beim nächsten Mal.